yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal leute heute mal ein interessantes video ich weiß nicht ob ich sowas als format bringen soll ich habe einfach mal bock drauf so wer kennt noch den akinator man hat eine figur im kopf und dann beantwortet man so fragen und keine ahnung wie der mir wieder eingefallen ist so wir machen es natürlich mit rapper rapperinnen keine ahnung ob das die erste letzte folge sein wird wenn ich sehe es kommt gut an können wir gern mehr davon machen aber ich denke mal einfach so ein random video kann immer gerne kommen okay wir nehmen eine figur natürlich und als erste person nehmen wir farid bang ich bin's farid lebt eine figur in deutschland yes werbung weg durch youtube bekannt ja kann man sagen ne machte nein macht eine figur videos super musikvideo auf youtube nicht nur eins konzerte ja ich glaube jetzt kommt er in die richtige richtung ja ausländer mal gucken wie viele fragen er brauchen wird ich sag so ich sag so 15 kommt ein figur aus die 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 gesungen fragte direkt ob es kapital ist im master bild das erbaut hat der name deiner figur war nein ja wenn die figur eine glatze nein er braucht er braucht schon lange ne ne nein nicht in berlin er braucht lange moslem im krieg ich mach mal jetzt nein in düsseldorf ich will deine figur in fakir goethe mit boom ok hat er erraten hat er erraten ja gut war auch auch ok hat bisschen vielleicht lang gebraucht aber trotzdem ok ok kommen person nummer zwei und ich denke man die wird er diese person wird er schnell finden wir machen shirin david ist eine figur weiblich jetzt redest du manchmal mit seiner figur nein schön wer es hat eine figur blondes haar ja deine figur eigene lieder rausgebracht deutschland ich mach mal nein nicht dass es höchste eine pflanze älter als 26 da muss ich nachgucken ich habe keine ahnung wie als shirin ist oh mein gott 26 älter als 26 muss ich jetzt hier ich mache einfach mal ich weiß es nicht verbringst du viel zeit mit deiner figur nein ich will deine figur bei real madrid wer kennt es nicht nein ja durch youtube berühmt hat deine figur einen langen vornamen aus boah er braucht echt lange ne er ist nicht ansatzweise da etwas mit katja kasovic zu nein rappt deine figur einer jury in der casting show ds ds gefunden aber der hat lange gebraucht ich dachte ich dass es schneller gehen wird viel viel schneller gehen wird ok ich nehme jetzt noch einen einfachen und dann mache ich aber an schweren ein schweren den er wahrscheinlich nicht erraten wird so trägt eine figur ich nehme jetzt meadow weibliche kleidung nein ist eine figur im musikbereich tätig kommen jetzt weiß er direkt muslim tik tok nope ja oh mein gott oh mein gott der ist ja mega nein für eine figur in der netflix serie mit nein nein ok er ist doch nicht er hat doch keine ahnung er hat doch keine ahnung ich dachte gerade ich mach mal ich hätte ich weiß ich nicht ich weiß es nicht machen sollen wow diga wie schnell junge meadow hat er krass schnell erraten krass ja wild wild ok lass uns ein schweren noch nehmen zum abschluss ich hab's leute wir nehmen so wie ich gerne sagt wir nehmen jetzt datalove und wohnst du mit einer figur in derselben wohnung nein gibt es deine figur wirklich ja ist deine figur weiblich nein durch youtube ja mhm nein bis über nein pfff Sachen die ich einfach nicht weiß mache ich ich weiß es nicht ok ist deine figur durch die musik bekannt geworden yes erlebt deine figur in berlin ich gehe mal davon aus nein ich mache deswegen mal nein nein älter als 19 ok die frage war wichtig für ihn er braucht er dringt nach äh ist deine figur sängerin nein älter als 15 ja ist deine figur durch tik tok bekannt nein ich weiß es nicht aus der leben ja nein boah er kommt nicht vor 24 kommt der figur in der Geschichte vor nein oh er ist nicht drauf gekommen pascha nimm ok ich weiß nicht ob es datalove hier gibt aber ich denke mal schon dass er eingereicht wurde was ist wenn ich nein mache fortfahren ja mache ist deine figur über 20 nein braucht deine figur wahrscheinlich nicht trifft man deine figur im videospielsektor warum fragt ihr nicht rapper ja etwas mit einem rapper zu tun nein nein benutzt deine figur autotune hat deine figur dunkle augen boah ja ne deine figur über ich denke mal ja ich mache jetzt mal ja nein boah endlich wie viele fragen waren das digger oh mein gott digger hat das lange gedauert der war mal der war schwer für ihn ne der war übertrieben schwer für ihn ok war mal ein lustiges video war mal ein bisschen anders das wars mit dem video machts gut haut rein und ciao